Scheiße, er flattert schon alles auf uns zu. Wir müssen uns erst um den Trash kümmern. Das war ein falsches Kommando. Das war ein falsches Kommando. Ich wundere, warum ich keine Rakete aufschalten kann und ich werde meine Kanonen umschalten. Oh, das ist ja ein Rallari-Zerstörer und ich denke, wo kommen die ganz nie? Das ist ja ein Rallari-Zerstörer. Da hinten den habe ich eingeloggt. Wir versuchen uns alle an den Zerstörer ranzuziehen, logischerweise. Warum schaltest du nicht auf, verdammt? Das ist ja ein Rallari-Zerstörer. Kommt drauf an, wer ihr das abscheißt, mein Freund. Der ist auf jeden Fall gut, weil der schießt jetzt nicht übermäßig auf uns, aber der macht auf jeden Fall ein paar üsselige Manöver. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, mein Dings schaltet nicht auf. Okay, einen hat Hunter geholt. Das freut mich schon mal. Das freut mich schon mal. Ha, den haben wir mal locker weggeblasen. Boah, nee. Hunter, bist du etwa an dem Rallari dran? Guckt euch mal die beiden Punkte auch mal da an. Sieht so aus als Knabbertante an einem Rallari-Rieb. Nee, der hat den weggehauen. Habt ihr das gesehen? Ach, ich sag immer wieder, ihr habt ihr das gesehen. Der hat den weggehauen, den Rallari. Ganz alleine. Und der nimmt Reiß aus, so wie es aussieht. Ja, dann lassen wir dich mal ziehen, mein Freund. Alter, Hunter hat den Rallari untergeholt. Einfach mal so. Das ist richtig krass gewesen. Boah. Alter, das war eine richtig coole. Das war eine richtig schöne Mission, muss ich sagen. Oh, die hat mir gefallen. Ich lache mich kaputt, echt. Ein bisschen Gas geben. Der Anflugwinkel passt schon. So. Boah. Eigentlich eine coole Mission. Und ich glaube, Hunter, der kann richtig was. Nicht so wie die anderen Napfsülzen, die auch teilweise draufgegangen sind. Leider. Also, Maniac ist es mir nicht so schade drum, aber... Na doch, eigentlich ist es mir um jeden schade drum. Also, wenn ich... Ich werde ja die anderen Teile auch noch spielen, das habe ich ja schon gesagt. Wenn ich an Wing Commander 3 rangehe, da lasse ich Maniac auf jeden Fall nicht sterben. Also, garantiert nicht. Wing Commander 3 ist auch einer meiner Lieblingsteile, da kommen auf jeden Fall alle durch. Da bin ich mir sicher. like, Schiff. Da bin ich verschieden. Ja. Da bin ich. Ach, das war ein Ass. Wir haben ein Ass runtergeholt und ich denke schon, mein Gott, was fliegt ja gut. Ach, das ist der, der abgehauen ist. Oh, toll. Schade. Sehr schade. Mann, da habe ich wieder gepennt, du. Ja. 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 Hunter auch 3 Dann haben die den Rallari auch nur als einen gezählt Alles gut Na gut, Leute es passt ja auch mit der Zeit Also wir sind wieder am Ende Und wie gesagt, schaut mal auf www.diepixelspieler.de rein Würde mich freuen, euch da mal zu sehen Und ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn es heißt Let's play Wing Commander Tschüss